Ein hervorragender Begleiter zu Spargel ist dieser Riesling aus dem Rheingau. Auch zu Salaten und Geflügel passt er sehr gut. Ein rassiger Duft von Pfirsich und Aprikose umweht die Nase. Am Gaumen präsentiert sich der handverlesene Wein mit fruchtigen Aromen von Honigmelone und Krebsfrut. Die sehr gute Qualität dieses Weißweins wurde vom Gomio mit einer Traube belohnt. Zum Wohl! Untertitelung des ZDF, 2020